Musik Pünktlich zum Messebeginn, exakt heute Morgen um 9 Uhr, haben wir auch unsere neue Website geschaltet, auf der unsere Besucher alle unsere Neuheiten anschauen können, Videos anklicken können. Daneben gibt es unseren Facebook-Auftritt, den wir zu Beginn der Woche gestartet haben. Hier freuen wir uns natürlich über jeden Klick und jedes Like. Musik